Der Weg vom Wunsch zur Wirklichkeit ist kurz. Unsere Welt steckt voller Geheimnisse, in denen das Entdecken, das Erkennen, Lernen und Verstehen untrennbar miteinander verwoben sind. Diese große Dokumentation schickt Sie auf eine höchst erstaunliche und erkenntnisreiche Entdeckungsreise voller Aha-Erlebnisse. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich mich auf eine außergewöhnliche, abwechslungsreiche und spannende Suche machen. Entdecken Sie das Geheimnis des Wünschens. Teilen Sie mit Menschen, die das Geheimnis schon kennen, Erfahrungen und Wissen. Treffen Sie den bekannten Heilpraktiker, Lebenscoach und Bestsellerautor Kurt Tepperwein. Unser So-Sein verursacht 24 Stunden am Tag unser Schicksal. Sie müssen sich entscheiden, als wäre sie leben. The Miracle Man, Maurice Goodman und seine Frau Casey, bekannt aus The Secret, schenken Ihnen einen erstaunlichen Schatz an purer Lebensweisheit. Wissenschaftler, die im Rahmen ihrer Forschung die Grenzen zur Spiritualität berühren, stehen Rede und Antwort. Eine größere Offenheit auf Seiten der Wissenschaft für bestimmte, ja, von ihr bisher nicht erklärte Phänomene hat zum Beispiel dazu geführt, dass man sich wirklich die Einwirkung von mentalen Zuständen, von Prozessen im Gehirn auf das Wachstum eines Tumors jetzt auch naturwissenschaftlich vorstellen kann. Anwender und inspirierte Lehrer von bemerkenswerten Gedankentechniken berichten über ihre Erlebnisse und Erfolge und zeigen, dass der Weg vom Wunsch zur Wirklichkeit kurz und unbeschwerlich ist. Brechen Sie noch heute auf. Entdecken und erkennen Sie. Lernen und verstehen Sie. Und ergründen Sie Ihre verborgenen Potenziale und Möglichkeiten. Lernen und ней領 von significantly into Ihren Wachstum zu verlaten der Erlebnisse сорwinen